endlich mal wieder zwei sternen hier mit meinem kleinen dorf und damit erstmal willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten der gerade auf den gegner wartet wir können ruhig mal reingucken nachdorf ist ja jetzt recht interessant geworden 40 prozent ein stern okay verdammte schleichschützen art okay aber da wird er nicht mehr holen und 48 obwohl war der mal 50 53 nur noch hitzehütte da der bogenschützer bei den anderen dörfern da schießt die kanone immer durch die durch die ganze bild ist jetzt schafft er hier noch prozent aber ich weiß nicht wie ihr das immer so sehr guckte immer zu wenn der gegner so angreifen und euer dorf zerstört guckte dann doch mal so da rein so nach dem motto ich könnte ja mal was umstellen hier eine bombe da eine bombe oder auch eine falle mehr und bitte geht es nach da jetzt dreht sich die kanone endlich um okay aber das gewonnen 57 prozent ich habe es jetzt gar nicht mehr im blick 57 prozent und wir hatten 61 okay ich hatte übrigens schon einmal ein unentschieden tatsächlich mit irgendeinem anderen dorf und dann steht hier unten die restzeit ist dann ja entscheidend also es gibt ja eigentlich kein unentschieden mehr sondern es gibt nur noch siege oder niederlagen unentschieden nicht mehr wenn etwas unentschieden ist also sagen wir drei mal 100 sterne dann zählt die restzeit das heißt der der weniger restzeit hat beziehungsweise der der schneller war so muss man es ja sagen der bekommt dann den sieg zugesprochen okay das haben wir hier aber ganz gut gemacht und ich bin heute mal ja wir machen ich weiß wir machen unnötigerweise meine mauer denn ich muss hier nichts mehr ich muss hier noch ein bisschen forschen ihr seht das noch ganz schön viel forschen macht aber nichts wir sind heute mal beim free to play clan und ihr habt ja schon im bildchen gesehen wir sind endlich clan level 5 ich glaube es ist sogar noch im chat hier ich glaube es ist sogar noch im chat hier da clan hat level 5 erreicht neue vorteile spenden verbesserung ein level das ist so ein bisschen auch hier bei clash of clans wenn man einen neuen clan hat irgendwie so einen meilenstein wir müssen erstmal clan level 5 werden damit wir ein level jetzt höher spenden können das hilft unheimlich kann ich euch sagen und nicht weil wir uns hier ab und zu auch mal ein high account reinholen der uns hier max troppen gibt aber wir nehmen auch gerne das was da ist und jetzt mit einem level höher da geht ja schon ein bisschen was er beutete kriegs oder der kriegsbonus ist damit auch noch mal um 15 prozent gestiegen das heißt wir bekommen auch etwas mehr kriegsbeute bonus und wie sich das ganze im clan übrigens auswirkt clan vorteile da ist es der nächste level 35 prozent der kosten spenden rückerstattung und zusätzlicher lagerplatz in der schatzkammer 30 prozent auch das ist nicht uninteressant wo gibt es denn da spenden an frage zehn minuten und dann ab 8 gibt es die neuen truppen zwei zauber ok also wieder kleine meilenstein ersetzen anders geht es hier nicht aber wo wir schon mal da sind können wir hier einfach mal in die liga gucken ich war hier jetzt während meiner ganzen live streams nicht wirklich auch mal bei uns hier in der liga beim clan free to play das hat aber auch ein eigentlich hat es auch tatsächlich einen ganz besonderen grund denn ihr seht das ich nehme jetzt kurz nach mittag auf und der klarkrieg geht noch 21 stunden und sechs minuten also der startet irgendwie immer morgens hier so gegen 10 11 das weiß ich weil ich gestern meine angriffe verbände habe aber hatte ich mir extra um 9 uhr wecker gestellt aber ich habe gedacht sonntags morgens in wecker um 9 das ist auch scheiße also weiter pennen dann habe ich tatsächlich zwei angriffe verbände nämlich von mir und auch von dem dem frei natürlich und aber es sieht ganz gut aus wir gehen hier mal ein bisschen nach oben wir haben jetzt einen klaren krieg tatsächlich wir haben übrigens unseren ersten allerersten klaren krieg verloren aber gegen die bande hat null chance echt null chance ihr seht das hier von den radhäusern her wir sind ja maximal 9 und haben versehentlichen 13er mitte in die liga genommen genommen das war jetzt nicht so schlimm in den ersten cks aber hier hat es uns dann doch ganz schön gebeutelt es gibt ja kein es gibt ja kein matchmaking ja aber das gegen die rascher bande hier da kam mir einfach nicht an muss man muss man mal so sagen und das ist aber nicht so schlimm das zählt jetzt für unser gesamtergebnis übrigens nicht den haben wir noch gewonnen wieder ja 63 ich meine ihr seht das an den ergebnissen manchmal die greifen dann auch gar nicht an ich frage mich warum die immer oder warum die überhaupt liga spielen und aber hier sieht es im moment ganz gut aus wir gehen mal ich wollte ein bisschen nach oben springen denn da wird es ein bisschen interessanter ich glaube wir können jetzt schon ein runter gehen ich weiß es nicht genau wie das ist ja aber seht dass hier der mara ist ein ja ist nicht ich glaube der mara ist ein achter da müsste ich jetzt gleich selber mal nachschauen aber ich glaube der mara ist ein achter gegen die base hier mit x bogen okay keine infernus und low def ich habe gleich auch noch so ein form ja also wir machen heute mal live dadurch dass ich jetzt in den live streams nicht live war beziehungsweise euch das nicht live gezeigt habe dass wir hier natürlich auch ein bisschen kämpfen wo ich das einfach mal ein bisschen nach und ich werde das auch mal ein bisschen in die live streams einbauen dass sie auch ein bisschen von hier seht denn wir haben ein bisschen platz nach der liga geht sie wieder munter los da wollen wir natürlich unsere win serie ausbauen die im moment bei 19 steht also wir sind kurz vom 20 sieg in folge glücklicherweise war die niederlage hier jetzt in der liga das heißt also unsere unsere siegeserie ist damit noch nicht gefährdet sie ist immer noch da hat er schön gemacht hier nicht schlecht mit pecker habe ich gleich auch was vor da muss man mal gucken ob mir das auch so gut gelingt ich muss mal unbedingt mal eben schnüggeln glaube ich gleich ob mir das auch so gut gelingt und wie ihm das gut gelungen ist hier jetzt hat er nur noch aus ein bisschen was der pecker ist natürlich auch schon ganz schön hoch ich weiß nicht mal gucken ob das max packer war mal sehen wir lassen das mal eben in zweifacher geschwindigkeit durchrauschen und dann sehen wir am ende wir können auch vierfach nehmen dann sehen wir am ende eilig 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 zack 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 komm 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 mal sehen was das für einer war ob das jetzt ein level fünf war oder level level 8 oder 9 level 9 nicht aber level 8 gucken mal ob das ein max war jo der war max okay der war max ja mit so einem dinge kann ich natürlich nicht aufwarten jetzt gerade wir haben uns jetzt eigentlich darauf geeinigt dass ich ein tiefer mache allerdings muss ich sagen der ein tiefer von lehler aus gesehen der ist schwerer als als sein gegenüber das ist ein gegenüber hier und der 1 tiefer wäre dann der nummer 24 der schwieriger der hat der hat stärkere def hier also defense was ratos 8 angeht der hier ist echt der ist echt low hier mit level 1 hier die schützen da was kommt da raus ich denke mal drachen ich glaube wir können hier wir können hier über die ganze flanke reingehen das werden wir gleich auch machen ich werde glaube ich noch mal gerade ein bisschen umbauen was habe ich denn eigentlich ja ich werde auch ein go weit machen ich werde auch ein go weit machen und ich belasse die truppe so allerdings nehme ich glaube ich einen macht dran was weiter nämlich macht haben oder nämlich mal kein ist das dorf jetzt so schlecht dass ich macht annehmen sollte oder ist das doch nicht so schlecht aber ich nehme ich nehme ruhig mal macht rank denn damit geht doch einiges hoch was ich jetzt noch nicht hoch habe das heißt der pecker mein golem ist jetzt damit auf level 2 die sind da ok mein aber mein held ist 7 das geht das geht mit 7 8 das geht wieso kann ich was ist denn eigentlich mit meinem helden los kriege ich dir nicht noch ein level höher ich habe doch glaube ich aber ich habe auch in helden buch also sag mal und wir haben vier freie bauarbeiter hallöchen geht ja gar nicht okay jetzt haben wir natürlich ein bisschen wenig dunkles ich habe aber noch eine rune ich könnte ihn noch ein höher kloppen aber ich habe jetzt natürlich jetzt kein buch mehr beim händler oder gibt es ein buch da gibt es ein buch bei den rathaus 8 hier nehme ich nicht mit ich will den fünften bauarbeiter ihr seht ich bin 75 juwelen davon entfernt mit den fünften bauarbeiter zu holen da werde ich mir jetzt natürlich nicht für 500 das buch kaufen das wäre ein rückschritt das wäre ein rückschritt okay dann gehen wir mal rein leila wo bist du da machen wir das dann machen wir das hier rüber also ich denke mal wir gehen hier über die lange flanke rein zwei golem oder hier müssen wir mal gucken mal sehen angreifen ich bin echt gespannt ich habe nämlich jetzt schon ewig nicht mehr mit so einem go vibe hier in dem in dem bereich angegriffen und der hat ein loch da ist auch tatsächlich nichts drin alles klar dann schicken wir hier mal einen riesen mal sehen was er einer klaren buch hat okay alles klar das kriegen wir weg das ist kein ding pass mal auf wir nehmen mal da den gift und nehmen hier nehmen das da mal da rein den nehmen wir hier auch mit rein und dann können wir hier die müssen wir weg machen wunderbar so meine mauerbrecher hier mit rein der pecker daraus wir nehmen hier noch den riesen und drei pecker hier alles klar so dann sollen jetzt erst mal rabats machen da außen muss jetzt erst mal der king weg gemacht werden das kriegen die auch super hin und jetzt gehen die peckys hier mit rein alles klar ich habe ich habe jemanden vergessen ich habe gerade jemanden vergessen so ein mist so die beiden heimel da mal durch ja den king vergessen junge 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 das geht natürlich gar nicht so da können wir das nehmen und ich glaube wir nehmen was nehmen wir denn hier in gut ich glaube wir nehmen die beiden in gut die sehen gut aus so hier können wir schon mal ein bisschen clean up da setzen wir nehmen ein clean up dort und hätten jetzt ja noch mal ein gift über aber ich zünde jetzt erst mal mein king dann habe ich ein bisschen mehr truppen hier im feld und das sieht eigentlich ganz gut aus also alter go vibe hier richtig krass geht okay auf so gerashte dörfer könnt ihr das ruhig machen und ja schönes ding freut mich das weiß nicht mein gegenüber ich weiß aber er war jung und er war klein und brauchte den lot alle peckers haben überlebt nicht ein einziger pecker gestorben und auch meine beiden golems sind hier absolut fett im futter ich glaube ich hätte den macht dran gar nicht nehmen brauchen naja okay dann kann ich jetzt mit dem macht hat noch ein bisschen noch so ein bisschen farm haben hier erst mit drei sterne drin und dann werde ich glaube ich auch mit dem frei das ganze machen das heißt wir machen jetzt mal ein wechsel ich nehme hier ruhig den mit rein obwohl nämlich an die dem frei nämlich noch nicht da weiß ich noch nicht was ich mache glaube ich da weiß ich noch nicht was ich mache wir gucken mal was es kieler macht hier ohne heldener geil skala perfekt ja warum warum ohne helden und warum mit einem erdbeben zauber manchmal weiß ich auch nicht ich dachte immer nur die gegner sind so ich dachte immer nur die gegner sind so wie willst du ach komm ich habe ich gestern schon gesagt ach komm weil es gab auch bei den herausforderungen jemanden nach der jetzt schon öfter mal ohne ganze helden angegriffen hat und dann ohne schuldigung ich habe meine helden mal schon wieder vergessen und schon wieder vergessen und irgendwann ist es dann natürlich die vollmeise genau wie hier auch was ist das hier blitz ein erdbeben zauber aber es könnte ein stern werden oder ja 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 ich denke mal das ziel war waren auch nur ein stern vier auf vier werden ja eben gesagt wir können einen runter gehen und hat der nicht sogar gefragt an die struppi hat gefragt okay struppi hatte gefragt alles klar und nicht mal clan book dabei skala hatte noch gefragt egal also wenn leute wenn ihr keine zeit habt zum angreifen dann greift er nicht an ich meine der ck geht jetzt noch 22 stunden vielleicht hört skala mehr zu er geht jetzt noch 22 stunden und da kann man dann noch ein paar prozent mehr haus holen und wenn man ein bisschen im chat liest jetzt auch eine nummer tiefer machen können ok jetzt hat er noch ein blitz zauber und ein erdbeben dann nimmt er sogar noch ok damit holt er noch mal prozent das ist jetzt aber mau ok da geht noch ein prozent alles klar aber ohne held hier und ohne clan burg leute das ist eigentlich eigentlich ist es eigentlich müsste man jetzt hingehen ich spende jetzt auch ich da bin ich ja bin ich ja gar nicht mal da bin ich ja der letzte der es jetzt nicht tun würde man 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 ja das ärgert mich schon wieder so ein bisschen das ärgert mich ein bisschen aber wir springen mal auf den frei da mache ich mit dem auch noch einen angriff und jetzt changen wir nur gerade das dorf von rathaus 8 auf rathaus 8 ok gleiches dorf anderer account ich habe ja mit der lehle einfach nur dieses dorf hier nachgebaut ich bin hat so ein fauler basebauer ja ich kopiere halt gerne aber egal mit ihm hier geht glaube ich jetzt ein runter also tatsächlich könnte man in die kommentare schreiben ob ihr das auch macht wenn ihr irgendwo ein fail habt ich meine hier beim 30er können wir uns das erlauben bei einer 15 nach glaube ich macht man das eher nicht kann ich mir zumindest nicht vorstellen wir haben ja jetzt halt ein fail und klar könnte ich jetzt diesen fail auch nehmen den hat sich jetzt aber schon der lancelot geschnappt und ich bin hier oben ja auch ein bisschen höher mit dem frei ich nehme allerdings nicht die 13 sondern ich nehme tatsächlich mal die 14 dann kann uff ein runter gehen falls noch nicht angegriffen ich denke mal nicht ich könnte das natürlich auch abklären oder ich nehme doch die 13 das mal gerade gucken er ist aber auch ganz schön stark die 13 ist auch ganz schön stark spät kommt die klan bucke ich habe gar nicht so viel mauer am start glaube ich und gucken wir mal gerade auf die 14 wir gucken mal eben hat er sieht leichter aus er sieht leichter aus leute allerdings auch x bogen schon auf zwei luftabwehren nicht so hoch eigentlich sieht er leichter aus oder lässt man sich jetzt von den mauern täuschen der hat jetzt magiertürme sind für mich entscheidend weil ich ein paar hocks dabei habe und hier sind auch vier magiertürme hat er auch vier hier dass man gerade gucken 12 sehe ich nur 1 2 3 4 doch er hat vier aber die sind glaube ich lower oder ich glaube ich nehme den hier passen wir nehmen den hier habe ich alles dabei hier brauche ich keinen trank ja ich gehe mal rein okay er schüttelt mich immer ein bisschen mal sehen was er in der klanburg hat okay auch auch die drachen alles klar dann nehmen wir hier unseren gift rein so mache ich das eigentlich immer ganz gerne und dann muss ich jetzt hier allerdings die nachziehen den king schon mal rausholen und meine klanburg hier pecker mit rein und ich denke mal die mauerbrecher wären ganz gut so wo sind die mauerbrecher gehen die dadurch ja wohl die gehen aber mal so richtig durch alles klar es sind noch nicht ganz beide helden kaputt hier die laufen allerdings jetzt nach da das heißt wir starten mal hier hinten mit unseren hocks würde ich sagen ich würde sagen wir starten hier hinten mit unseren hocks und mal gucken wie weit die durchgehen die teilen sich allerdings jetzt schon mal so ein bisschen das ist ein bisschen blöde aber die müssen dem king dort auch entfliehen king oh nein nein warum teilt ihr euch denn so toll auf egal wir machen hier weiter wir müssen das lager machen das lager machen wir müssen eigentlich auch oh der x-bogen ist weg alter falter und der andere auch oh komm 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 ah nein die boogies ach jetzt der magier da oh nee dorf ist down nein der tesla ach komm jetzt lassen wir uns hier auch noch trollen ach auf beiden seiten tesla nein 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 jetzt lassen wir uns hier auch noch trollen und jetzt müssen die durch die ganze base durch eine minute eine minute 30 noch zeit da ist keine oh da ist keine luftmine für meinen für meinen kleinen laki auch um neun mein letzter bowler fliegt mir jetzt auch durch den bildschirm alles klar oh Leute das ist mal wieder spannung pur hier unten riesenbombe außen gewesen die magier da könnten jetzt allerdings in zusammenarbeit vielleicht mit den hawks noch das rathaus schaffen und da müssen die allerdings auch noch den king kaputt knüppeln oh das wird ganz schwer leute das wird eine ganz das wird ein akt der verzweiflung glaube ich das ist verzweiflung das ist verzweiflung pur jetzt gerade ähm was was ich hier jetzt abspielt bei mir ähm wir sind bei 97% wir sind bei wir sind bei 99% jetzt kommt der king jetzt kommt der king rein mach die platte weg dann brauchen wir den king nicht machen oder warte mal kriegen wir den oh nein der machte alle meine hawks kaputt geschafft 34 sekunden was steht denn hier noch eine bauhüte eine bauhüte oh nein oh nein eine luftmine die pure verzweiflung letzte rille hier aber wir schaffen es ich quatze oh gott was ein ritt naja egal ihr hört das ich bin wieder voll bei der sache ehrlich alter alter das geht gar nicht oh junge 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 okay naja ja drei zähler mehr auf dem kasten ich gucke mal gerade wo die alle so stehen wir sind im moment noch oben allerdings die striders hier haben jetzt auch noch die leichteren gegner aber ich denke mal irgendwie so zweiter werden wir wohl scheinbar werden so wir nehmen die nochmal in die schnellausbildung dann kann ich damit mal ein bisschen ein bisschen üben glaube ich aber hat ja ganz gut geklappt wenn euch das ganze ganz gut gefallen hat dann lasst mir jetzt am ende einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen um am kanal dran zu bleiben schaut doch in meine livestreams rein sie sind manchmal etwas außerplanmäßig das heißt also ich habe ja einen plan einen stream plan das seht ihr allerdings nur am pc demnächst seht das aber wahrscheinlich auch an den mobile devices ab mai allerdings erst es tut sich nämlich einiges auf twitch und dann abonniert mich da beziehungsweise nicht abonnieren sondern followt mich einfach auf twitch macht da die glocke an dann seht ihr wann ich live komme es ist auch mal außerplanmäßig im moment ganz gerne so dass ich abends in der in der zeit hier wo liga läuft mit euch viele liga angriffe mache euch kann richtig viel zeigen kann aus den verschiedenen clans und auch mit den verschiedenen rathäuser mit denen ich so angreife also bleibt einfach dran vor folgen und dann sehen wir uns in weiteren folgen bis dahin vielen dank leute euer toto rest so Bis zum nächsten Mal.